Hallo, willkommen zur Wiederaufführung mit mir, dem Max und dem Christian, hallo. Und dabei haben wir auch noch den Spruch, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen und jede Menge gefährliches Halbwissen. Wir sitzen mal wieder im Kinosaal, denn der Pate 2, The Godfather Part 2, ist über die Leinwand geflimmert und wir gucken mal, ob wir da irgendwas zu sagen können. Genau, denn wir haben natürlich diese besondere Herausforderung gerne angenommen. Den wahrscheinlich längsten Film der Schatzkiste haben wir jetzt gerade gesehen, was dann auch dazu führt, dass unsere Nachtschicht noch ein bisschen tiefer, eigentlich ja schon eher Richtung frühen Morgen. Ja, ich glaube, ich habe vorhin ein paar Sonnenstrahlen gesehen schon. Aber stimmt, es könnte wirklich sein, dass auf dem Nachhauseweg schon der Vogel irgendwie anfängt zu zwitschern. Das ist so richtig, ja. Ja, schön, dass du mal wieder beim Vorwort dabei bist und an unsere Slackline denkst mit den alten Filmen, die wir neu entdecken und den steilen Thesen. Das vergesse ich nämlich immer regelmäßig. Ja. Und dann merke ich immer, während wir dann so podcasten, dass selbst unsere Gäste das mit den steilen Thesen immer ganz gut schon kennen. Und da hatten wir ein paar steile Thesen auch zu John Wuhs Liebesgeschichten zwischen Männern. Ja, da konnte ich nicht dabei sein, aber ich hatte dafür an dem Tag 12 Uhr mittags noch, beziehungsweise an dem Tag davor hatte ich 12 Uhr mittags zumindest noch gesehen gehabt. Und in was für einem Kino hast du das getan? Im kommunalen Kino Eutin, dem Bienchen. Sehr niedlich. Ja, das war auch sehr niedlich da. Ja. Also wir waren, glaube ich, 10 Gäste oder so. Es war Samstagnachmittag, es war die 17 Uhr Vorstellung. Und Carly und ich waren da und dann waren Leute, die zweieinhalbmal so alt waren wie wir, würde ich sagen. Also wir waren die einzigen ohne graue Haare. Es gab auch eine kurze Einführung vom Mann, von dem Chef da. War auch ganz nett und ja, war ein Erlebnis. Ja, also genau, das erinnert mich so ein bisschen an das Erlebnis, das wir hatten, gemeinsam auch in Lübeck mit dem Meuterei auf der Bounty. Deswegen ist es immer so, dass ich manchmal wirklich schon im Archiv unserer Podcast-Seite geguckt habe und dachte, ach guck mal, den haben wir ja auch schon besprochen. Ja, ja, den kenn ich, kenn ich. Shopproof war zum Beispiel ein Film, da musste ich original fünf Minuten lang reinhören, um zu begreifen, dass ich den wirklich gesehen habe. Das ist schon faszinierend. Ja, ich glaube, man schließt manchmal auch damit ab, wenn wir dann den Podcast direkt aufgenommen haben, dann ist der so, okay, jetzt kann ich das erstmal unter A wie Archiv packen und aha, die haben wir geguckt, ja. Ja, ja, und wenn man wirklich sich noch fragt, was habe ich dabei gedacht, man kann es sich anhören. Das ist wirklich im Moment ein bisschen befremdlich und dann merke ich aber, wie die Synapsen sich verbinden. Genau, da musste ich so ein bisschen denken, also diese, so eine Nachmittagsvorstellung am Wochenende und die habe ich dann auch, da war ja dann sogar auch noch so mit Kaffee und Kuchen zwischendurch so, ne, das hat das nochmal so ein bisschen betont, dass das jetzt hier sich an ein sehr viel älteres Semester richtet, obwohl ich das selber ja auch ganz gut genießen konnte und das war jetzt sehr schön, dass das in Hamburg dann mal ein bisschen anders war, dass sozusagen auch am Nachmittag, was für mich zum Beispiel total geil war, um in eine Stadt zu fahren, einen Film zu gucken und dann abends wieder nach Hause zu fahren, ist das perfekt, diese Uhrzeit. Und es war auch ganz angenehm für mich, dass ich jetzt John Woo nicht mit irgendwie überforderten Senioren gucken musste, sondern... Das wäre aber auch interessant geworden, auch nicht. Das wäre mit Sicherheit, also... Ja, ja, das habe ich damals schon. Hatte sich aber typisch zielsicher keiner in den Dekirla verirrt, aber ich merke so, dass ich das irgendwie eine schöne Uhrzeit finde, also ich glaube, da geht noch was. Ich weiß auch, dass ich zu... Ich habe es nie geschafft, aber das Livu hatte seinerzeit so für sagen so Ende 90er auch regelmäßig im Programm die Sonntagsmartiné und überhaupt das Prinzip der Martiné, also vielleicht sogar schon am Vormittag anzufangen. Das ist... Eigentlich ist das irgendwie eine interessante Zeit, weil die tendenziell auch nicht so sehr belegt ist. Also zumindest bei mir ist das so, dass ich hätte eher das Problem, mich aufraffen zu müssen, aber wenn der Reiz groß genug ist, weiß ich, Zeit werde ich garantiert haben. Ja, also wenn die Folge hier jetzt schon... Ist dann schon draußen, wenn das gewesen sein wird, hier die Sonntagsmartiné Levinsmühle anlässlich des 100. Geburtstags von Johannes Bobrovsky. Wird gewesen sein dann, in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Rostock, das wäre jetzt, ich glaube, am 9. April, Sonntag, der 9. um 10.30 Uhr wird das gewesen sein. Also wenn du jetzt das noch bei dir einträchtig hast, dann kannst du das noch... Genau, den Martiné-Gefühl immer ein bisschen fröhnen. Aber ja, so viele tolle, lustige Ideen, die auch mir immer mal im Kopf rumschwirren und vielleicht auch für so einen Film hier tatsächlich besser geeignet werden, wenn man sagt so, ja komm, Sonntag um 12.00 Uhr und dann hat man auch gleich um 17.00 Uhr die nächste Vorstellung schon. Das schließt dann bei der Filmlänge gut an. Ja. Aber ja, also grundsätzlich, also wäre auch, glaube ich, so für solche Monumental- oder so eine langen Schinken, wäre das schon nicht verkehrt. So etwas wie Kleopatra oder so, die gehen ja auch so in die Richtung, ja. Ja, ich würde das jetzt auch, glaube ich, gleich ganz gerne mal mit dir vertiefen wollen, so dieses, was braucht es eigentlich, um sich so den epischen Schinken der Kinogeschichte so zu widmen. Lass uns doch aber zunächst erstmal in deine Einführung reinhören. Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur LIVU-Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute The Godfather Part 2, der Pate Teil 2 von 1974 und gleich die Frage, wer hat den Film noch nie gesehen? Ja, das ist so über die Hälfte hier, so muss das sein. Dafür ist die Schatzkiste da, Filme zum ersten Mal zu entdecken und wenn man das mal, oder alte Filme zum ersten Mal zu sehen und da eignet sich nichts besser als hier so eine schöne, tolle, große Leinwand, der mir. Denn da können Filme ihre ganze Kraft entfalten. Zu Hause am Fernseher ist das immer noch ein bisschen was anderes, auch wenn da die Sachen immer ein bisschen besser werden und größer und so weiter. Aber nur hier geht es richtig im Kino, dafür sind wir da. Und es gibt eben auch eine ganz kurze Einführung heute, der Film geht drei Minuten länger als andere Filme. Ähm, noch lacht ich. Der Pate Teil 2. Wer beim ersten Teil dabei war, der weiß, da hatte Francis Ford Coppola, der Regisseur, ziemlich dicke Probleme mit dem Studio. Da ging es immer, Köpfe sind aneinander gerasselt. Es stand zu befürchten, dass er den Job unter der Nase wieder weggezogen bekommt. Und beim zweiten Teil war alles anders. Da ist Paramount zu Francis Ford Coppola gegangen und hat gesagt, ey, wir haben ja viel Geld vom ersten Teil, dreh uns den zweiten. Komm, mach das. Und Francis Ford Coppola hat gesagt, oh, ich mache Produzent, aber ich bringe euch einen kleinen, unbekannten Regisseur vorbei und der dreht das dann für euch. Hier, der heißt Martin Scorsese. Und Paramount hat gesagt, nee, das geht nicht. Sag mal, Francis, du weißt jetzt, wie man Coca-Cola herstellt und jetzt willst du keine Flaschen mehr produzieren? Das geht nicht. Du musst den Film machen. Dann hat Coppola gesagt, na gut, drei Forderungen. A, ihr gebt mir einen Arsch voll Geld, was so ungefähr eine Million oder sowas war an dem Dreh. Zweitens, und das war das Allerwichtigste für ihn, keinerlei Einmischung vom Studio. Niemand am Set, keiner, der sich die täglichen Aufnahmen anguckt. Keiner, der sagt, hier, wir sind über Budget oder sonst was. Er darf machen, was er möchte. Und die kriegen nachher das fertige Produkt und können dann sagen, ist toll oder ist nicht toll. Und ganz wichtig, der Film muss heißen The Godfather 2. Paramount gesagt, die erste Forderung, ja, Geld ist überhaupt kein Problem. Zweite Forderung, na gut, dann mischen wir uns halt nicht ein. Aber die dritte Forderung, das geht überhaupt nicht. Was sollen die Leute denn denken? Die denken, das ist irgendwie die zweite Hälfte vom ersten Teil oder was? Denn, ich habe es nicht ganz rausgekriegt, ob es wirklich, wirklich stimmt. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Film in Hollywood, der die 2 im Titel hatte. Das ist der erste Film, der sozusagen ein offizielles Sequel ist, oder in diesem Sinne eine Fortsetzung ist und eben diese Zahl im Titel trägt. Aber man hat sich Coppola dann doch noch durchsetzen können, deswegen The Godfather Part 2. Und da hat man angefangen zu drehen und ins Dominikanische Republik, nach Sizilien und sonst wohin gefahren. Und da gibt es auch Kinomagie mal wieder. Zum Beispiel diesen Mann hier hinter mir, der spielt Hyman Roth, einen der großen Bösewichte. Und der beherrscht den Trick des Ich-Kann-Mein-Hemd-Wechseln mitten in einer Szene. Das heißt, er hat ein ganz tolles Hemd an und die Szene musste über ziemlich viele Tage gedreht werden, weil das Wetter nicht immer so gut war, wie man es haben wollte. Und eines Tages hat man festgestellt, hm, sein Hemd ist weg, was machen wir? Da hat einer von Francis Ford Coppolas entfernt der Verwandtschaft und gesagt, Moment, ich habe hier so ein maßgeschneidertes Hemd, das ist komplett weiß, gib mir mal schnell einen Kugelschreiber, ich male das an. Und das war dann das Ergebnis. Und auf der großen Leinwand wirkt das tatsächlich deutlich auffälliger, als wenn man das jetzt zu Hause gucken würde. Andere Sachen waren noch sowas wie, dass der kleine Sohn von Coppola in einer Rückblende, den Sonny spielt, aus dem ersten Teil, gespielt von James Kahn. Und der hat ja Locken. Und dann hat er eben gesagt, wir drehen einen Tag in Sizilien, dann machen wir den mal Locken und dann passt das auch und kannst ganz viel Spaß haben. Kommt nach Sizilien, macht dem Jungen Locken. Scheiße, schon wieder schlechtes Wetter, keine Sonne, aber wir drehen in Sizilien, hier muss Sonne sein. Okay, hier kriegst du ein Zitroneneis, morgen machen wir das Ganze nochmal, kriegst du nochmal Locken und dann drehen wir das. Das ging ungefähr eine Woche lang so und der Junge hat dann ständig Locken gekriegt, aber er hat sich über das Zitroneneis gefreut und dann konnte man die Szene auch endlich drehen. Ja, eine Parallele zum ersten Teil ist, dass drei Darsteller als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert waren. Den haben wir eben schon gesehen, Hyman Roth, gespielt von Lee Strasberg, für den Oscar nominiert als bester Nebendarsteller. Dann neu im Ensemble auch Robert De Niro, diesmal dabei, der Mann mit dem monischen Schal, das ist Francis Ford Coppola. De Niro spielt in den Rückblenden den Vito Corleone, der im ersten Teil von Marlon Brando gespielt worden ist, für den Oscar nominiert in der besten Nebenrolle. Und neu dabei ist Michael Vigazzo, der spielt Frank Pentangeli und auch er ist für den Oscar in der besten Nebenrolle nominiert worden. Beim ersten Teil war es so, dass mit diesen drei Kandidaten man trotzdem leer ausgegangen ist und in diesem Fall hat es aber geklappt. Robert De Niro hat gewonnen, war aber nicht da bei der Zeremonie, deswegen hat Francis Ford Coppola den Oscar entgegengenommen. Und Francis Ford Coppola musste dann ziemlich schwer schleppen, denn er war in seiner Funktion als Produzent auch derjenige, der den Oscar für den besten Film entgegengenommen hat. Er war Regisseur des Films, deswegen hat er auch den Oscar für die beste Regie entgegengenommen. Und beim Drehbuch hat er zusammen mit Mario Puzo das geschrieben und die haben dann als bestes adaptiertes Drehbuch auch noch einen Oscar gewonnen. Und Francis Ford Coppola hatte dann ordentlich zu tragen, als er dann am Abend endlich nach Hause gehen durfte und wieder mit so viel Geld überschüttet worden ist und Auszeichnung für diesen Film, dass er sich noch sein Weingut dann aufbauen konnte, seine Produktionsfirma weiterentwickeln konnte etc. pp. Okay, das soll es soweit eigentlich schon gewesen sein, ich wünsche gleich anregende Unterhaltung. Wichtig ist, und das ist neu bei dieser Schatzkiste, dieser Film hat eine Intermission. Intermission, das heißt es gibt eine Pause und die ist nicht einfach vom Kino willkürlich gewählt, sondern der Regisseur hat gesagt, an diesem Punkt machen wir eine Unterbrechung, da können die Zuschauer einmal aufstehen, sich die Beine vertreten, ein bisschen drüber austauschen, was sie gesehen haben, können nochmal einen Schluck trinken, es wird an der Bar eine kleine Aufmerksamkeit geben, können nochmal eine rauchen gehen und diese Pause ist sieben Minuten lang. Es gibt dann auch nochmal einen Gong, damit auch alle wissen, müssen wir da reingehen. Also das ist kein willkürlich gesetztes Ding von uns, sondern das ist extra so vorgesehen, hier ist eine Pause, da können wir einmal kurz durchatmen und nochmal Kraft tanken, bevor es dann in den letzten dunklen Abschnitt dieser Familiensaga geht und damit sage ich jetzt gleich viel Spaß bei der Pate Teil 2, Dankeschön. So, das war die Einführung. Max, also ich habe auch tatsächlich ein kleines bisschen zu tun gehabt, heute um 22 Uhr am Ende der Woche, so ganz fit die vier Stunden durchzustehen. Ich hatte glücklicherweise... Was bitte dreieinhalb? Ja, stimmt, sind gar nicht ganz vier, genau. Aber ich hatte auch einen freundlichen Sitznachbarn, der mich dann mal dezent angetippt hat, wahrscheinlich weil ich auch so laut geschnarcht habe. Ich habe mal zum Beispiel eine sehr positive Erfahrung gemacht mit meiner Erstsichtung im Kino vom Winde verweht, Gone with the Wind. Da war das auch tatsächlich ziemlich knackig. Also es war wirklich so ein mitten am Tag so hineingehen ins Kino und am Abend herauskommen. Man hatte echt das Gefühl, man hat so auch ein Stück gelebt. Und ich finde ja, dass auch das tief in die Nacht hineingucken auch was Reizvolles hat, weil da habe ich dann so das Gefühl, der Film ist mir eher so unter das Unterbewusstsein gekrochen. So irgendwo in dieser Schnittecke von Schlafen und Wachsein. Irgendwo dazwischen nistet sich dann immer so ein bisschen der Film ein. Also ja, ich weiß auch nicht. Wie ist das für dich? Also ich habe einfach bemerkt, gerade weil es hier eine Pause gegeben ist, wenn ein Film zweieinhalb Minuten geht, wird das so ein Thema für die Zuschauer. Also das geht an keinem spurlos vorbei. Also man denkt vielleicht darüber nach, wann sollte ich den gut gucken oder was brauche ich dafür oder muss der Film denn so lang sein? Es war wirklich sehr interessant. Es war überall, wurde darüber viel geschnattert heute. Bewegt dich das auch so? Ja, ich mache natürlich auch Gedanken. Hatte dem eigentlich auch wenigstens noch so eine, ja, es wäre nachmittags oder abends eine reguläre Abendvorstellung, dass man so gegen Mitternacht dann rausgekommen wäre. Es hat aber in dem Fall eben nicht geklappt. Aber ihn gar nicht zu zeigen, wäre da jetzt auch nicht die Alternative gewesen. Ja. Ja. Nee, ich wollte es gar nicht jetzt so sehr nur bezogen darauf, wie du es jetzt programmiert hast, sondern ob dir als Zuschauer das so auch durch den Kopf geht. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich mit meiner Partnerin am Abend einen Film gucken will und wir dann so an dieser Filmfindungsphase sind, dass das ein ziemliches Ausschlusskriterium ist. Also ich kriege dann in der Regel nicht die Begeisterung für, ey, lass uns den Partner 2 gucken. Geht übrigens 200 Minuten. Ja, kann man ja weglassen, die Uhrzeitergabe. Aber es ist auch wies. Ich finde, also sowas war eigentlich bei einem 140-Minuten-Film sofort, aber beim 2,5-Minuten-Film finde ich das unfair, demjenigen das nicht zu sagen, weil ich finde, dann kriegt man wirklich ein Rhythmusproblem. Man ist schon ganz schön eingeschliffen auf die 90-Minuten-Film. Ich meine, dafür finde ich die Pause dann auch gut gesetzt. Ja, also allgemein sage ich mal, wenn es jetzt um Kinobesuch geht oder so, dann ist mir die Laufzeit letztlich, oder dann gucke ich tatsächlich eher nach dem Film, oder wieso wählen die den Film aus und gucken nicht, ah, der ist zu lang. Nein, das machen wir jetzt nicht, sondern wenn wir mal gucken, dann gucken wir den, dann ist die Laufzeit auch nicht wichtig. Außer es sind jetzt tatsächlich irgendwie der neue 7-Stunden-Film von Love Dias oder wer das hier ist. Da würde ich dann auch sagen, okay, dann müssen wir uns mal was überlegen. Aber ich bin da noch, auch relativ schmerzbefreit. Und gerade wenn es eben, wie gesagt, hier mit der gewollten und inhaltlich bedachten Intermission ist und nicht mit der, ah, wir müssen mal noch ein bisschen Popcorn verkaufen, Pause und machen mal irgendwo einen Film, drücken wir mal Pause oder so, weißt du, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja, dann war so das andere Thema, das ich hier so viel aufgeschnappt habe, das ja direkt damit in Verbindung steht, ist so, man, hat sich das lang gezogen oder oh, schön, schön, also schön genüsslich, also auch so verschiedene Betrachtungsweisen vom Gleichen. Wenn wir jetzt hier eine Inhaltsangabe machen würden, würde ich es jetzt mal so zuspitzen auf einen Satz. Der Michael Corleone kriegt es nicht so gut hin wie der Vater, scheitert kläglich und reitet sich und die Familie in immer größere Abgründe. Dafür bräuchte man jetzt ja eigentlich nicht 200 Minuten oder doch? Kommt halt drauf an, ne, was man, wie man das so machen will. Also ich würde zum Beispiel dezent ja widersprechen, was so das, die Familie oder der Abgrund des Familienlebens, ja, aber es ist ja eigentlich eher so, die Geschäfte hält er ja anscheinend irgendwie am Laufen. Also das klappt ja alles auch weiterhin, aber der Punkt ist eben ja, was er dafür alles aufgeben muss oder was dafür eben alles geopfert wird. Das ist ja eigentlich diese große, diese epische Tragik in dieser ganzen Geschichte und das kann man dann schon mal auswälzen und dann auch mit diesem Kontrapunkt, so hat das mal alles angefangen, so wurde das aufgebaut und jetzt eine Generation später wird es anscheinend irgendwie runtergewirtschaftet, ja, runtergewirtschaftet ja eben nicht, sondern aber die Familie geht eben dadurch kaputt. Und könnte man jetzt wahrscheinlich schön debattieren, ist das Problem schon im Vater sozusagen drin gewesen? Also hätte denn einer der anderen Brüder das besser hinkriegen können oder war das sowieso, musste das so kommen, dass die Familie dann irgendwie zerbricht? Oder ist das eben durch Michaels Charakter, der eben sagt, ich muss nicht alle auslöschen, nur meine Feinde. Und wer, jemand aus meiner Familie wird mir zum Feind. Naja, da nehme ich jetzt mal eher als rhetorische Frage. Natürlich ist das ja auch insofern eine sträfliche Verkürzung, als dass ich den Teil weggelassen habe, dass wir ja eine einzige riesengroße Parallelmontage erleben, in der wir das Leben des Don Corleone, also des Vito und Michael Corleone und sozusagen Vater und Sohn werden sozusagen in der Erzählzeit ganz nah beieinander gebracht, obwohl da ja viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Und ich merke so, dass allein diese Erzählform für mich schon mehr als die veranschlagte Zeit auch ausfüllt. Also ich, aber ich finde sozusagen, also wir hatten das, ich habe mich ganz doll erinnert gefühlt nochmal bei der Folge zum ersten Parten, dass ich meinte, ich finde gerade das Erzähltempo der Sizilien-Szene sehr schön. Das ist also einfach dieses Erzähltempo und habe mich sehr erinnert gefühlt und sehe das jetzt wirklich wieder, das ist, das ist der zweite Teil, die komplette Zeit. Also hat sozusagen, ich habe das Gefühl, ich weiß noch viel, viel weniger über das, was die dort eigentlich in Sachen Mafia-Arbeit machen. Also außer, dass sie sozusagen öfter mal zusammensitzen müssen, um irgendwas zu klären. Ich weiß viel weniger, was da geklärt werden muss. Da gibt es die erste Part, viel mehr Mühe, das auch zu erzählen. Sondern es geht ja wirklich eher darum, so quasi Macht, Erhalt, aber wofür das nochmal genau genutzt wird, welche Geschäfte da im Einzelnen ablaufen. Also auch diese, da kommen Leute und brauchen mal ein Gefallen und so, all diese Dinge so, das passiert alles gar nicht. Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie der zweite Teil sich das leistet. nicht mehr so diese Plot-Dynamik zu brauchen, da gab es einmal den Gefallen und am Ende wird er dann den sozusagen, dafür dann auch wieder einen bekommen und so. Sondern, ja, also das ist gar nicht so wichtig. Nein, die Antriebsfehler in dem ersten Teil des zweiten Teils ist ja eben vor allem das, wer hat mich verraten? Oder also einerseits dieses, ja, ich mache jetzt hier mit dem Hyman-Roth-Geschäft, ich will unser Geschäft aus der Illegalität rausholen, so weit möglich. Und natürlich eben, ja, wer hat mich denn nun hier verraten? Also die Suche nach dem Verräter, das sind ja so die beiden Hauptpunkte und ja. Aber ich meine, oder, es ist doch so egal, wie wirklich, also im Vergleich zum ersten wie nie, was die da eigentlich für Geschäfte machen, oder? Also wüsstest du es, was läuft denn da bei den Hyman und ihm? Na, die Glücksspiel-Geschichte, also er will ja, das ist das dann mit dem Senato einmal bespricht, er will in den Casinos und Hotels und will eben nach Las Vegas da, also aus New York raus, was ja geschehen ist dann offensichtlich, weil das jetzt in Nevada sind, damit eben dicht dran an Vegas, aber er will eben noch mehr Macht in den Hotels und Casinos offensichtlich. Und da dann eben ein anständiges Geschäft, wie anständig Glücksspiel eben ist. Ne, ich merke halt, dass ich es schön finde, dass in dem Film ist jetzt, also deswegen kann ich wirklich nur über, sagen, über das Schicksal der Familie sprechen, weil ich finde, das ist das zentrale Thema und auch das, worum es immer wieder geht. Und manchmal ist das so, tritt das so ein bisschen in den Hintergrund beim ersten Teil und hier hat das jetzt wirklich den vollen Platz, wird auch nicht unterbrochen von irgendwelchen größeren Action-Momenten, also die gibt es fast gar nicht so. Ich mag total gerne, wie ein so ein Moment, der das sein könnte, dass Coppola sich dezent so in total zurückzieht. Diese Geschichte, wenn ein Polizist dort zu einem ungünstigen Zeitpunkt in die Bar reinkommt und es dann auf der Straße eine Schießerei gibt, die so herrlich anti-aufregend inszeniert. Und vor allem überleben die ja so quasi alle. Also allgemein, dass so Attentate schief gehen, ne? Ja. Oder welches Attentat ist denn mal erfolgreich? Johnny Ola. So. Und das auf Don Fanucci in der Vergangenheit. Ja. Aber sonst so geht viel schief oder anders als gewollt. Ja. Ja, das stimmt. Wie, Christian, steile These. Ist das einfach nur so eine Seifenoper mit Waffen? Ja, oder sogar noch mit viel weniger Waffen. Ja, ich finde auch, dass das also dieses Familienklären, also so wie ich Seifenoper kennengelernt habe, das war ja noch vor kurz seinen Städtezeiten, war das das Zeug hier so Denverklären und so, ne? Und da hatte ich auf jeden Fall immer so das Gefühl, genau so eine große Familie, big business und das wird dann immer ordentlich vermengt und Intrigen und so. Also da hilft mir zum Beispiel diese Erzählform, die sich viel Zeit lässt, dass das eben nicht so zugespitzt dramatisiert. Also es gibt einfach Momente, in denen einfach ein Robert De Niro seinem Säugling so zuschaut. Ein Michael, der in verschiedenen Formen des angestrengten Nachdenklichen Herumsitzens gezeigt wird. Also es gibt da so viel, was nicht auf, also für mich wäre sozusagen typisch Seifenoper auch, dass alles mal extrem stark zugespitzt wird. Und das gibt es halt immer wieder mal, aber das sind dann wirklich Ausbrüche. Also der Moment, wenn sich Michael mit seiner Ehefrau streitet und ihr dann so eine runterlangt, also ihr fast schon ins Genick springt so. Das sind dann so Momente, wo das dann einmal ausbricht. Aber eigentlich gucken wir denen immer die ganze Zeit zu, wie sie versuchen, es nicht zur Seifenoper werden zu lassen. Also dass sie es immer versuchen. Finde ich übrigens eine der drei, vier Momente, die ich total stark finde in Al Pacinos Spiel. Nicht wenn er dann ausbricht, sondern so dieses Kurz-Vorneum-Ausweis. Wenn sie sagt, es war eine abortion und dann kannst du ihm so zusehen, wie in seinem Kopf gerade das Wasser überkocht und die Augen werden so groß und eben relativ reduziert eigentlich in der Mimik. Aber so die drei Akzente, die sich da am Gesicht bewegen, das finde ich total stark. Weil Pacino ja auch durchaus dann, vor allem auch später in der Karriere, mal dazu neigt einfach so diesen Ja, ich bin jetzt halt der cholerische Rumschreier, wenn man mal ein bisschen abwertend das sagen will. Aber das finde ich durchaus überzeugend. Oder auch eben die Szene, wenn das mit Fredo ist hier, wenn ihr dann so nach unten guckt und die Hand an die Stirn fällt. Und ja, also da finde ich das, mit sehr wenig macht er da sehr viel. Und wir haben natürlich das große Glück, dass auch noch Robert De Niro auch so einer ist. Sehr viel so mit seinen, eine Augenbraue hier, ein kleiner Mundwinkel hoch runter da. Dann hast du gleich zwei, drei so eine Typen im Film. Ja und für mich liegen jetzt so die Sichtungen, erster, zweiter Teil ja auch wirklich nur eine Woche auseinander. Und da habe ich jetzt so einen ähnlichen Effekt gehabt, wie als ich die zu Hause auch mal dicht hintereinander geschaut habe, die beiden Teile. Dass Robert De Niro sehr schön gelingt, also wirklich eine junge Version des Malombrando-Paten zu spielen. Also hat sich schön so Gesten und Sprechweise angewöhnt. Ein Stück weit wird er ja wirklich auch erst noch so zum Parten. Das kann man ja so schön beobachten. Und dann hat der Film ja fast schon so wirklich den Spaß eines Franchises, wenn dann Robert De Niro irgendwann mal sagen darf, ich werde ihm mal ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann und so. Wie siehst du denn eigentlich so die Entwicklung? Also dafür, dass der Malombrando im ersten Teil ja als so ein total cleverer Typ auch dargestellt wird, so dieses, naja, der ist der Strippenzieher, nicht der andere. Und jetzt haben wir halt die Mutter am Anfang, die sagt, ja, der ist neun Jahre und er ist hier dumbwitted. Also er ist eigentlich ein ziemlicher, eine Kartoffel, sage ich jetzt mal, der irgendwie nicht so viel drauf hat. Und dann sehen wir ihn halt in New York und er macht da seinen Job im Lebensmittelladen. Lebensmittelladen, aber hat er sich da jetzt Straßenweisheit angeeignet oder woher kommt das? Oder hat er halt einfach auch so ein bisschen, das ist ihm so ein bisschen doch gegeben und die Mutter hatte das damals nur versucht, so ein bisschen runterzuspielen oder? Also wo kommt dieses Verschlagene, dieses Clevere vielleicht auch von ihm her? Ja, das habe ich gemerkt so bei dem Wiederentdecken, das wird mir nicht so ganz klar. Also ich nehme es natürlich einfach Robert De Niro als den Schauspieler. Also der hat halt so eine Präsenz, dass ich dem das abnehmen würde, dass dieser Mensch das durchaus drauf hat. Aber dass das jetzt irgendwie der Film sagt, mir ist es nicht mal unbedingt so, finde ich. Ja, das kommt darauf an, wie man so das empfindet, was sozusagen wir in der frühen Kindheit vom Vito Corleone so erleben. Also die komplette Familie, im Großen und Ganzen vor den Augen ausgelöscht. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, die Mutti sagt das mit dem, der ist ein bisschen doof, in der totalen Verzweiflung, den von dem gegnerischen Mafia-Boss da irgendwie freizubekommen. Und ihm ist ja auch völlig klar, also wie stark sein Leben bedroht ist. Also er flüchtet eigentlich, also aus dem Nichts ins Nächste Nichts so, also hat ja nichts. Und dass er sozusagen, also das wird ja über eine große Auslassung letztlich erzählt. Also wir sehen ihn als neunjährigen Jungen und fragen uns, wie soll das jemals gut gehen so. Merken aber, da ist schon so viel Härte im Gesicht, dass einer es dann nicht wundert, wenn der dann 15 Jahre später einfach souverän so sich so durchschlägt, sein Ding macht. Oder ich würde sogar sagen, es ist ja mehr als ein Durchschlag. Also jetzt mag vielleicht so der soziale Stand seines aufgeübten Berufsler jetzt noch nicht so besonders sein. Aber ich finde, wie er sich im Umgang mit seiner Frau gibt, wie er so unterwegs ist, ist er ja voller, also wie soll ich sagen, also ich finde, der ist auch auf ein bestimmtes Niveau bedacht. Also er ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie als Tagedieb sich irgendwie durchschlägt, sondern sucht so auch eine Routine. Also er ist sehr würdevoll, ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Und eigentlich ist sozusagen, wird diese Würde dann nämlich auch in Frage gestellt von diesem einem, der Black Hand. So ein Fannucci. Genau, sehr schön. Und also ich glaube, das ist dann so für mich so der Emanzipationsmoment. Aber dass das ein cleverer Bursche ist, ja fast schon zwangsläufig. Also sonst hätte der die Fahrt gar nicht überlebt, sonst wäre er ja gar nie angekommen. Okay, ja. Aber ja, also quasi deine Frage, also wie denn das jetzt bitte gewesen, also wie denn das passiert ist, ist im Grunde genommen genau der Teil, der nicht erzielt wird. Also du siehst einfach nur, dass er aus diesem neunjährigen, schwer traumatisierten Jungen ohne Eltern wird Robert De Niro. Hast du eigentlich mal die TV-Variante gesehen? Ich glaube, Kabel 1 hat das mal irgendwann so übertragen und nein, der hatte ich tatsächlich kein Interesse. Also ich muss sagen, ich habe der Part 2 recht nah entdeckt. Ich glaube, das habe ich ein bisschen später gesehen, als es war einmal in Amerika. Und ich finde das ja erstaunlich, dass, also ich kriege da schon immer, also beide Filme lösen so gegenseitig ein Déjà-vu auf den anderen bei mir aus. Obwohl ja durchaus da auch nochmal ordentlich ein paar Jahre dazwischen liegen. Und ich würde schon heute auf der großen Lament auch ganz klar sagen müssen, der Part 2 macht es wirklich perfekt, gerade die Zeit so um 19, was sind wir, 1910? Na 1901 ist, wenn er ankommt, dann 1928 ist es, glaube ich, wieder. Genau, also die 20er, 30er Jahre dort in New York, das ist unfassbar geil, authentisch, also so authentisch, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich war, aber das lebt für mich. Es wirkt so, als war das so, als hatten die da plötzlich eine Kamera aufgestellt. Ja, wirklich, wirklich, wirklich spektakulär. Das ist mir auch diesmal wieder hier erst aufgefallen, der Taschen, die der eine Dieb, der der eine, die den Apfel oder was das war, aus dem Korb nimmt. Also wo diese große eine Panoramapart kommt über das Ding und er nimmt sich immer noch den Apfel raus. Ich habe noch gar nicht gesehen. Ich habe plötzlich erst mal die Hühner auf der Straße gesehen, ist auch nicht schlecht. Und das gibt ja ganz ähnliche Sequenzen, auch in zwei Mal in Amerika, weil dann ist es auch noch Robert De Niro und so. Also das finde ich irgendwie ganz schön, weil das ja dann doch so für sich ganz eigenständige Filme sind, aber an den Stellen haben die so ein bisschen Schnittmenge. Ja, ich weiß gar nicht, wie kam ich jetzt drauf? Also authentisch sieht das alles aus, erinnert mich an in zwei Mal in Amerika. Schöne Sache. So, machen wir kurz einen Hänger hier. Ist ja auch schon früh. Ja, oder spät. Ja, wie gerade jetzt auch im Vergleich zum ersten Teil, den ich auch jetzt noch relativ frisch habe. Ich finde erweitert schön das Farbspektrum. Also ich glaube, dieser Film ist das, was ich so unterschwellig, wenn ich an einen Sepia-Film denke, fällt mir dann eben mindestens die Robert De Niro-Sequenzen ein. Und ich finde aber auch stark, gerade dieses Winterliche, was so mit reinkommt, diese Kälte, die Michael ja durchlebt oder die in ihm sich ausbreitet, wie auch immer man das dann sehen will. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt. Gerade wenn eben der zweite Teil beginnt eben, also nach der Intermission, da haben wir auch so eine Dingszene, der kommt ins Haus und gefühlt ist eben ja nichts mehr so, wie es war, auch wenn Kay dann noch da gerade sitzt und ihr rotes Kleid an der Maschine näht. Aber es ist so alles so leer, niemand ist da, bis zu diesem Zeitpunkt ist er komplett alleine. Und dann ist es schon anders, als wenn eben diese Großfamilie in diesen Häutern da so verkehrt und diese großen Feste da immer stattfinden. Also ich finde auch wirklich, also das geht ein Hand, die Kameraarbeit mit der Ausstattung, dass eigentlich Orte, die wir alle schon kennengelernt haben und vielleicht sogar wirklich eher was Wohliges, aber manchmal ja auch da schon so eine düstere, irgendwie auch bedrohliche Ecke erlebt haben. Aber was wir dort jetzt haben, ist wirklich, ja, es ist tot, ausmenschenleer oder auch so spröde. Also es sind so lauter Details, wie, also ich habe so das Gefühl, es gibt so einen Warte, oder ich glaube vielleicht ist der Vorraum von den Büros, aber da stehen so verschiedene Sitzmöbel irgendwie rum. Also alles wirkt so ein bisschen unaufgeräumter oder nicht so harmonisch. Also ich habe auch das Gefühl, dass öfter irgendwie so horizontale Linien irgendwie öfter das Bild durchqueren. Also ich merke, hier kann ich mich nicht mehr wohlfühlen. Und das strahlt ja nicht nur das Set aus und die Kameraarbeit, sondern es ist ja wirklich auch das Geschehen. Also das ist einfach kein, also hier ist irgendwie, ja. Irgendwas stimmt nicht. Ja, also. Kann das nur sein. Naja, es ist mit dem Vito ist was gestorben, das nicht einfach wieder an anderer Stelle zurückgekehrt ist. Finde ich dann auch stark, wenn die Mutter dann eben dahinten scheidet. Also aber, dass dieser kurze Dialog zwischen Tom Hagen und Fredo, die komplett nur Silhouetten sind, also auch was so wieder diese Sachen angeht, oder es gibt ja auch mehrmals eben so Charaktere im Halbdunkel oder du siehst gar nicht, wer da so richtig spricht sozusagen und das Gefühl ist alles schwarz. Und das hat schon was. Und auch allgemein eben, dann ist eben die Mutter tot und dann ist eigentlich auch die Generation ist dann komplett weg. Vater und Mutter sind nun davon. Und ja, wie hält das jetzt noch zusammen? Jetzt versucht die letzte Dame der Familie noch irgendwie so ein bisschen eine Art Zusammenhalt zu kreieren. Aber auch das ist sowieso schon zu spät eigentlich. Da geht ja auch nicht mehr viel. Ich finde auch dieses Bild einfach geil, wenn dann Fredo mit auf dem Boot draußen ist und dieses, ja ich kann das schwer in Worte fassen. So eine Art Sehnsucht, einmal so dieser Himmel und ja eigentlich ist das doch was Schönes da, mal über dieses Wasser, was nie ganz ruhig ist, glaube ich, oder nie ganz ruhig gezeigt wird. Es sind immer irgendwie kleine oder größere Wellen. Also diese Unruhe ist immer da. Und ja, und dann sinkt der Kopf so runter von Michael. Das ist schon so inszeniert, dass mir das sehr gefällt. Ja, ich kann mich zum Beispiel im ersten Teil nicht bewusst daran erinnern, diese Bergwelt da so wahrgenommen zu haben, die da öfter mal so irgendwie mit ins Bild drückt. Ja, wobei, das liegt ja auch daran, dass wir jetzt in Nevada sind und nicht mehr in New York. Also das ist ja auch so. Oder beziehungsweise in den Vororten von New York, wo sie da ihre Villa hatten. Ach, da waren die Vororte von New York. Also er sagte zu Frank Pentangeli dann auch einmal hier, na das war doch mal das alte Studienzimmer von meinem Vater. und hier stand doch der Schreibtisch. Und sie sind ja jetzt, er will ja nach Las Vegas und deswegen sind die ja in Nevada, haben die ihr Haus da am See. Ja, okay, und das habe ich genau schön missverstanden im Sinne von, das nochmal als Bestätigung, dass das jetzt diese ehemaligen Orte sind. Also es gibt ja so manche Dinge, die, also das wäre ja noch mehr so, da hat ja wirklich so ein bisschen Spaß an einer Franchise-Welt, die es da zu dem Zeitpunkt so noch nicht gegeben hat. Also auch immer wieder bewusst, Sachen zu zitieren. Also das große Familienfest, bei dem auch rundherum schon andere Dinge passieren, wo wir im ersten Teil noch erleben, dass die Polizisten, wenn die dort nebenbei sich irgendwie was aufschreiben, also immer am Schnüffeln sind bei den parkenden Autos. Es steht hier auch wieder ein Polizist bei den parkenden Autos, aber der lässt sich mit einem Snack erstmal bedienen. Also man, oder ich erinnere mich auch noch gut, dass im ersten Teil dann die ganzen Senatoren, die haben dann aber leider kurzfristig abgesagt und so. Diesmal sind sie dann auch vor Ort. Also man sieht, da hat sich auf jeden Fall was verändert. Ja, auch mit der Musik, wenn dann hier Frank Fantanchi hingeht, ja jetzt spiel doch mal eine Tarantella und dann kommt da irgendwie halt dieses und alle lachen und so. Also auch das ist ja... Diesmal bleibt die Mutter da doof bei stehen, genau. Das hat sich auch geändert. Ja, stimmt. Also eigentlich ist der Film wirklich voll davon und ein Stück weit ist es auch so eine Demontage. Also zum Beispiel würde ich diese Seifenoper sehe ich eigentlich viel stärker, auch im ersten Teil, wenn man das dann irgendwie kritisch meint, also negativ meint. Und sozusagen auch auf Kosten von, ja, wir wollen schon auch ein bisschen romantisieren. Also ja, man fühlt sich ja wirklich ein bisschen wohl und familiär da, obwohl da so schreckliche Dinge passieren. Und also der zweite Teil ist da für mich wie so eine Kampfansage so, das gibt es aber jetzt hier nicht mehr. Hier ist die Welt von, wir könnten das auch ein bisschen niedlich und schön finden, die ist einfach nicht da. Also wirklich nicht. Also überleg dir mal, wie das aussieht, wie diese Kinder von Michael Corleone manchmal so da sitzen. Also wirklich, also die vegetieren ja eigentlich irgendwie vor sich hin. Von seiner Schwester, die Kinder, das kann man nur ahnen. wie es denen irgendwie ergeht. Überhaupt die Tatsache, dass Kay so viele Kinder geboren hat. Das wird ja auch wirklich, also später dann thematisiert, aber wir sind dann einfach da. Also ich habe dann am Anfang auch überlegt, gehören die eigentlich alle zu ihr und so? Ja, zwei, ne? Also Anthony und die Kleine, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie sie heißt. Und die anderen sind dann auch irgendwie von Conny. Achso, das sind dann die anderen. Also wenn sie halt am Anfang hinkommt und die Mutter sagt eben, ja, hier, du kommst nicht mal um deine Kinder, kommst hier heute erst und die Kinder, äh, Und ganz kurz, wenn die Tochter von Michael eigentlich, ähm, äh, später doch im dritten Teil von Sofia Coppola gespielt ist, ist das da dann auch schon Sofia Coppola? Nee, ne? Da glaube ich ausnahmsweise nicht, weil das wäre zu knapp, weil sie im ersten Teil ja dieses Baby gespielt hat. Und das waren ja nur zwei Jahre, das stimmt. Das wäre dann wahrscheinlich zu knapp geworden, ja, dass sie da mitspielen könnte. Äh, die Familie, die Festung, achso, ja, genau. Und, ähm, auch wieder so, mal ein bisschen versuchen, Kritik anzubringen, äh, ist denn der zweite Teil einfach nur, wir nehmen uns Szenen aus dem ersten und variieren die ein bisschen oder kommt für dich auch Neues hinzu oder ist halt noch ein bisschen breiter angelegt? Weil, weil ja doch, wie gesagt, sehr viele, wir haben diese, ähm, im ersten Teil etablierten Parallelmontagen mit, es ist irgendeine große Festlichkeit, aber gleichzeitig geschehen unglaublich Verbrechen wieder und, äh, ja, Punkt. Nee, also für mich ist das, also, es wird bewusst, äh, wenn, wenn, wenn einzelne Momente zitiert so, dass manchmal mit diesem Franchise-Ding, also um wirklich auch so zu markieren, das ist alles ein Teil von einem größeren Ganzen so, ne? Also das, da habe ich wirklich das Gefühl, da hat, äh, kommt wohl einfach ein Gespür für, also wenn er, also er hat sehr genau gewusst, was an seinem ersten Teil gut funktioniert hat und was eine große Publikumsresonanz hatte und hat das auch wieder mit eingebaut, ähm, aber ab da ist es dann ja für mich völlig eigenständig, weil der erste Teil macht ja, das könnte man ja durchaus auch heroisch lesen, wie Michael einfach mal so mit diesen, äh, genialen, also mehr brutalen als genialen Plan, äh, sozusagen alle Probleme scheinbar auf einen Schlag löst und wir kommen in einer, also sieben Jahre später spielt das und das ist einfach nur, also das, das, das ist, das ist niederschmetternd für mich, ne? Also ich sehe das und denke, äh, ja so ungefähr habe ich mir das schon vorgestellt, dass das, also was soll denn auch gut werden mit so viel Gewalttätigkeit, ne? also das, also das, also vor allem auch wirklich toll, wenn ja gleich am Anfang, ähm, der, der Senator dann auch, äh, die Maske fallen lässt, ne? Und dann im Büro, ich, ich, ich kann euch sowas von nicht leiden, ich verabscheue euch eigentlich und wenn ich euch noch ein bisschen ausquetschen kann, dann funktioniert der Deal vielleicht und, also, und, und Michael dann auch so meint, ja, wir sind also, beide Heuchler, so, ne? Also das ist so, sie hat das total desillusionierend, bei Kay ist irgendwie auch schon klar, die hat auch schon längst verstanden, wie das hier läuft und dass das sich auch so schnell, also dass sich das gar nicht ändern kann. Und dann eben die, diese Untat. Also insofern würde ich sagen, hat, äh, ist das wirklich, äh, gibt es ja durchaus noch ein Stück weit, vielleicht manchmal ein wenig Hoffnung, äh, im ersten Teil, so hat sich der Zweite angeschickt, wirklich davon zu erzählen, von der Aussichtslosigkeit, äh, und Hoffnungslosigkeit, ähm, dieses, dieser Familie vielleicht, ne? Also ich, so, so wie sie ist, äh, ist sie scheinbar verdammt dazu? Ich meine, das ist ja wirklich eine spannende Frage, ist sie verdammt? Das ist für mich die große Frage, die, äh, so als, als, äh, Wölkchenblase über Michael, äh, in der letzten Einstellung schwebt, so. Also ist das, ist das quasi unnötig, umkehrbar, ne? könnte man da irgendwas anderes machen? Ist ja echt toll, ne? der Film, das hatte ich vergessen, dass es da so eine Sequenz mit, äh, James Kahn noch mal gibt, äh, die, die das auch nochmal, all das auch nochmal wieder so wach ruft, so dieses, dieser Kontrast, ne? Wer ist eigentlich noch übrig von den Leuten? Ja. So sagen. Ich überlege gerade auch so, das, das erste Bild, was wir ja sehen, ist eben, äh, Al Pacino guckt so, ein bisschen schwermütig und kriegt dann seinen Handkuss und dann ist, äh, dieser leere Stuhl und der Titel wird eingeblendet und das, äh, finde ich eigentlich sehr bezeichnend, weil eben, das ist für mich auch so ein bisschen die Frage auch für, wer ist jetzt, wer kommt denn jetzt auf diesen Stuhl oder wird jemand in dieser Stuhl weggezogen oder, oder, oder wird dieser Stuhl zerschlagen sozusagen und dann eben das Schlussbild ist auch wieder, Al Pacino guckt so ein bisschen schwermütig, aber jetzt ist er eben draußen, ein bisschen totes Laub liegt um ihn herum, niemand küsst ihm die Hand oder sonst wie, ja, ist schwer nachdenklich, melancholisch, sonst wie, was weiß ich, ähm, ja, also es kommt eben nicht vorwärts. Ich meine, irgendwie ist der Stuhl auch eher noch am alten Ort, äh, im alten Büro, ne, gefühlt, ja, und, und das ist, fühlt sich auch wirklich dann eigentlich letztendlich an, wie, dieser Platz kann niemals mehr gefüllt werden, so, also der wird immer bitter, spürbar, leer bleiben und Michael hat, hat zwar sich angeschickt, sozusagen den Platz zu übernehmen, aber hat einen anderen Platz eingenommen, so, ich glaube, so ist, so fühlt sich das für mich so ein bisschen so an, ne, also Michael kann den nicht einnehmen und, also, ja. Ja, er muss den einnehmen, aber, aber er fühlt ihn eben anders aus, ja, 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 also ich hab dann auch schon, hab ich noch kurz nach dem Film noch mit jemand anderem gesprochen und, ja, hat auch so gesagt, naja, äh, die Frage, die sich ja auch, oder, weil, da war eben die Meinung, ja, hätte man den Robert in Europa eigentlich gebraucht für diesen Film und da hab ich so, ja, doch schon, eben, weil man eben so einen Kontrast hat da, so ist es eben, also, weil es einerseits der Aufstieg ist und andererseits der Fall, der hier parallel erzählt wird, dann kann man sich fragen, wieso denn der Fall und dann hab ich so, naja, klar, auf der geschäftlichen Ebene scheint das alles weiter hinzuhauen, aber, alles, was man dafür opfern muss, was aufgeben werden muss, die Familie ist völlig kaputt, man bringt seine eigenen Familienmitglieder um und was nicht alles, äh, also, das, deswegen ist das ein Fall für mich, ähm, wo der eine sich eben Beziehungen aufbaut und die Familie groß zieht, ist der andere eben, damit, äh, muss der andere eben mit ansehen, wie die Familie immer kleiner wird und alles, äh, dahingehend zusammenschrumpft, auch wenn, wie gesagt, die Geschäfte ja noch zu laufen scheinen, ähm, und jetzt hatte ich gerade angefangen mit, äh, das Abstieg und Fall. Also die Frage nach, warum braucht es diese Robotinierung? Achso, genau, und die Robotinierung-Sequenz und die zeigt den Aufstieg. Ja, ich glaube, ich wollte noch irgendwas mit einem Anzug dranhängen, aber. Ne, ich schätze noch ein, weil ich kann da nochmal einen Moment bleiben, ähm, weil für mich ist das, also für mich ist das schon elementar, also ich, ich wüsste nicht so genau, warum ich jetzt nur den zweiten Teil brauchen würde, ohne dass der, äh, diese, also diese, also ich finde, die Parallelgeschichte ist schon, auch das für mich das Besondere an dem Film, also, ähm, also es gibt, es gibt einen schönen zentralen Moment mit der Mutter, ich weiß nicht mal, was er wörtlich zu ihr sagt, oder was er sie da fragt, aber es geht so in die Richtung, wie dachte, wie fühlte mein Vater, ja, also wirklich eine Verzweiflung, also für mich, es spricht ja die wirklich große Verzweiflung, es, 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 es gelingt mir nicht, also der merkt ja die ganze Zeit auch, dass das irgendwie alles ihn, ihn, ihn wirklich durch die Finger rindt, so, ne, und, äh, äh, also eigentlich ist schon seine Idee, ich glaube, er hat wirklich fast schon einen genetischen Reflex, es seinem Vater gleich zu tun, und, äh, scheitert da dran und das versteht er nicht, ne, weil er denkt, wenn ich es doch jetzt mache wie mein Vater, was ist jetzt noch der Unterschied, deswegen forscht er da so, kriegt er aber, ich glaube, der kriegt da nicht wirklich eine befriedigende Antwort, ich habe das Gefühl, wir als Zuschauer dürfen dann ein bisschen schlauer sein, weil wir ein bisschen mitbekommen, wie der Vater gelebt hat und wie der sich entwickelt hat und daraus darf man Schlüsse ziehen. Genau, das war der Punkt, also die, die Frage ist sozusagen Michael schuld daran, dass das, äh, so kaputt geht, diese Familie oder liegt das eben auch schon daran, wie der Vater sie eben großgezogen hat, wie, worauf das alles sowieso basiert, was sie da haben, ähm, also liegt, liegt der Fehler sozusagen im System oder ist die Wurzel allen Übels nicht schon der Vater, trotz allem, auch wenn der bis zu diesem Zeitpunkt das alles irgendwie zusammengehalten hat und dann natürlich die Frage, ja, wie wäre es denn mit den anderen Brüdern gelaufen, ne, also Sonny, der, der Hitzkopf, äh, findet natürlich im ersten Teil eigentlich genau seine entsprechende Konsequenzen, in dem er in einem seiner aufbrausenden Momente halt diesen Fehler begeht und sich rausbegibt und damit eben angreifbar wird und durchsiebt wird im wahrsten Sinne des Wortes. Fredo, ja, Fredo, der ist irgendwie, fand ich auch interessant, also der, ich, äh, sehe Fredo eben als auch eine ganz große tragische Figur in dieser Geschichte, der eigentlich wirklich so total, können wir nicht alle in Frieden zusammenleben, bisschen überspitzt jetzt auch gesagt, aber der eben so ein bisschen auch der Naive ist und haben wir auch schon im ersten Teil gesehen, wo er sich ein bisschen auf Mo Green's Seite stellt und Michael ihm nochmal sagt, hier, stell dich nie wieder auf eine andere Seite als die der Familie, nie wieder und, ähm, also, wenn, wenn die jetzt sozusagen der, der Pate geworden wären, wie wäre, wie, was wäre dann passiert und das habe ich noch so überlegt, weil du es jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, dass Michael eben versucht so, die, auf den Spuren seines Vaters, also, manchmal habe ich auch so gedacht, oh ja, so ein bisschen ist die Rolle auch, Papa hat gesagt, Papa hat gesagt, halte mir deine, halte deine Freundin nahe, aber die fahre noch näher, Papa hat gesagt, iss immer dein Salami Brot, leg den Salat beiseite, Papa hat gesagt, Papa hat gesagt, aber natürlich ist das, äh, eine sehr wichtige Sache, weil wir dadurch ja eben merken, er versucht eben, das große Vorbild, oder diesen Giganten, dieses, dieses überlebensgroße Bild, was wahrscheinlich auch irgendwo an den Wänden hängen wird noch, den Vater in diese Fußstapfen zu treten und das klappt aber irgendwie alles nicht so, obwohl er eigentlich auch ein gewitzter Typ ist oder einer, der eben so ganz klar und, äh, auch eben dieses, was Tom Hagen ja immer sagt, im ersten Teil, it's business, not personal und auch das irgendwie so, versucht rauszuhalten, obwohl wir dann natürlich durch, da ich das jetzt weiter, ja mit diesem Anschlag auf sein Leben beginnt, ist es natürlich persönlich und nicht nur Business. Ist eigentlich der Anschlag auf, auf Frank Pentangeli, äh, wie ist der für dich? Ist das, weil da wird ja so gesagt hier, Michael Corleone says hello und dann soll er da abgemurkst werden, das, was da schief geht mit der, ist das wirklich von Michael ins, äh, gewesen? Nö, ne? Ist es, oder ist es so, wie Michael gesagt hat, wir müssen ihn, du musst diesen Deal eingehen, ähm, oder, oder hat Michael, hat Michael das in Kauf genommen, dass er da sterben könnte, der Pentangeli, oder, oder ist auch da eigentlich, er wieder verraten worden? Jetzt, wo du mich das fragst, da habe ich das auch schon mal ambivalenter gehabt, dass mir das nicht so klar war. Heute habe ich schon gedacht, dass Michael das, äh, äh, in Kauf genommen hat, dass das, äh, so verläuft, ähm, aber es stimmt, also es ist, es ist alles andere als eindeutig, also, das, das darf man, glaube ich, je nach Gemüt, äh, was man Michael da gerade zutraut, oder nicht, äh, weil so richtig clever wäre es ja eigentlich nicht, also, ja. Naja, vielleicht sind wir nicht clever genug, Christoph, um zu schauen, was uns das bringen würde. Aber, naja, ne, sind so eben Sachen, gerade dieser, ja, der Frank Pentangeli ist ja auch so, ne, so eine Mischung, wenn dann Tom Hagen da nochmal zu ihm geht, das finde ich auch, das ist im zweiten Teil gefühlt mehr, dass irgendwie, ähm, ja, die Leute irgendwie, das Gitter irgendwie, oder so diese Enge eigentlich auch wieder eine Rolle spielt, auch wenn dann Fredo vor diesem riesig tollen Panorama mit dem See, mit dem Bergsee da umkommt, aber eben, wie gesagt, das Gespräch Tom Hagen, Frank Pentangeli zum Schluss ist sozusagen hinter diesem Zaun, sind irgendwie gefangen natürlich da drin, oder, klar, im ersten Teil sind wir auch im Innern von Häusern oder so, oder in den Geschäftszimmern, aber hier kommt es irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene, finde ich, so durch, ich finde es auch eine interessante Verknüpfung, und dann auch wieder mit dem ersten Teil, wenn Robert De Niro über die Häuser auf dem Hausdach lang geht, und dann auch wieder diese Draufsicht ist, ne, und wir dann natürlich daran denken müssen, ah, der Pate lag, als er die Hohagen schon gekauft hat und angeschossen worden ist, da lag er, war ja auch diese Sicht von oben, und wie das Bild da einem wieder ins Gedächtnis gerufen wird, finde ich auch interessant. Ich merke, ich hau nochmal eine steile These raus, weil du das vorhin auch nochmal so gefragt hast mit, also wer hat denn nun Schuld, dass es so ist, dass es so kommt, wie es kommt, ne, und, oder kann man überhaupt eine Schuldfrage stellen, oder was sehen wir so für systemische Entwicklungen, und wir gucken jetzt einfach nur auf den Teil, wieso 1901 eine Geschichte beginnt, weil man könnte ja zu jedem Zeitpunkt, wo die Geschichte einsteigt, ja immer noch weitere Fragen stellen, ne, also, also was, was ist das für eine Mafia-Welt, in der der Vater von Vito gestorben, ermordet worden ist, und dann auch sein Bruder gleich ermordet wird, und so weiter und so fort, ne, aber Fakt ist, dass das, also mit dem Erlebnis, dass das, was der junge Vito hat, mich wenig wundert, wie der sich entwickelt, wie der auf Gewalt in seiner Umgebung reagiert, und wie er auch, auch wirklich diese, 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 diese Rache, die ja auch sozusagen so unausweichlich immer durchgezogen wird, so, ne, also wie der dann noch, äh, in vielen späteren Jahren dann, äh, zu diesem greisen, äh, Mafia-Typen hinfährt, um den noch so genüsslich, dieses dicke, fette Messer durch den Bauch zu ziehen, ähm, also das ist, ähm, also, also an der Stelle, ne, hab ich so das Gefühl, äh, also ich merke so, ich, ich stelle mir weniger so die Frage, wer war jetzt der Schuldige so, ne, sondern wirklich, ähm, wir, wir erleben eigentlich immer so einen, einen permanenten Kreislauf, ähm, und jetzt gucke ich mir einfach nochmal Michael an, ähm, der, also, ja genau, der, der emittiert seinen Papa, und, äh, irgendwie haut es nicht hin, und ich hab so überlegt, was ist denn das, was der Vater irgendwie so gut hinbekommen hat, und irgendwie hat er so ein, ich will es trotzdem irgendwie so ein bisschen abwertend sagen, so ein absurdes Gleichgewicht hin, so, ne, also, die, die Familie wertzuschätzen, dass die sich wohl fühlt, ähm, und dass die, äh, die Geschäfte laufen, so, und die Geschäfte sind alles andere als legal, und dafür nimmt man auch mal, äh, Morde in Kauf, also irgendwie kriegt er da ein Gleichgewicht hin, und man ahnt schon, in dem Moment, wo der schwächelt, wo der angeschossen ist, ohne ihn kann es das nicht geben, so, ne, dann ist er da im ersten Teil das Ding, mit den verschiedenen Söhnen, der ängstliche Sohn, der impulsive Sohn, und der Sohn, der sich scheinbar aus allem raushält, der dann aber eigentlich, ja, als Michael, der am ehesten ist, der ist, der es sozusagen dem Vater gleich tun will, und dann entledigt sich dieser Sohn, also erstmal kriegt sozusagen Michael das Problem, also warum will er so dringend immer Söhne, also, äh, also er hat ja schon einen Sohn, aber er will noch einen zweiten Sohn, so, ist das vielleicht schon ein bisschen, geht das in diese Richtung, das Geheimnis des, äh, Don Corleone, das Gleichgewicht über die Söhne herzustellen, die so verschiedene Eigenschaften verkörpert haben, und dann raubt ihm ja sozusagen, äh, in seiner Sichtweise, äh, seine Ehefrau, mit der Abtreibung auch noch den zweiten Sohn, und dann, ganz zum Ende, entledigt er sich seines eigenen Bruders, der ängstlichen Seite, und so wie der da so sitzt, also, auf jeden Fall, also ich will das jetzt, ich kann das jetzt auch gar nicht zusammenführen, aber auf jeden Fall hat der sich jetzt so richtig aus dem Gleichgewicht gebracht, weißt du, also jetzt hält, jetzt hält doch wirklich gar nichts mehr. Ich merke übrigens auch, wenn ich das nochmal so erzähle, als, äh, mich wurde hier im Saal angesprochen, und dritter Teil, ist so, nee, hab ich bis heute nicht geguckt, also ist ja wirklich so, ähm, und ich glaube, weil, weil diese Frage so groß, also dieses Schlussbild auf, 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 auf El Pacino, das macht so viel auf, und, äh, ich, ich konnte dann nicht ertragen, dass ich nicht das Gefühl hatte, als ich den dritten Teil gestartet hab, dass ich daran anknüpfe, sondern es ist halt wirklich ein Film, da liegen dann einfach mal, weiß ich nicht, zehn, zwanzig Jahre einfach nochmal dazwischen. Ich glaube, 94 ist dann der dritte, irgendwie, ja, so, und, äh, also, ich, ähm, ich weiß auch nicht, also, ich muss mal irgendwann genug Vertrauen schöpfen, weil so ein bisschen neugierig bin ich schon, wie sich Coppola das noch weiter gesponnen hat, ne, wo er das nochmal hinbringt. Hast du dazu so spontan so einen Impuls, so wie, ich hab den zu verschwommen, also ich hab den auch einmal geguckt, alle dreimal hintereinander weg, also hintereinander weg, nicht übertrieben, aber in einem relativ kurzen Zeitraum, aber es ist auch schon sehr, als, als El Pacino heute so einmal über den Film Sohn sich so rüberbeugte, äh, nach dem Anschlag, ähm, nach der Schießerei, ähm, dachte ich so, äh, stimmt, das wird doch später der Andy Garcia dann im dritten Teil. Ich glaube sogar, das ist, Andy Garcia ist dann sogar sein Enkel oder so. Aha. Ach so. Aber, äh, na gut, okay, steile These. Ja, 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 jetzt, äh, äh, ja, Der Pate 2. Der Pate 2. Ähm, aber für mich ist jetzt, also gerade jetzt, äh, in der Kombination, erster und zweiter Teil, ähm, hab ich sehr, jetzt nochmal sehr zu schätzen gelernt, den, den, den Familienteil, also wirklich einfach, äh, den, den, den Mafia-Plot zu nehmen, den auch super authentisch zu erzählen, aber eigentlich was über Familie und die Dynamik, äh, zu erzählen. Und das finde ich auch sehr gelungen im zweiten Teil. Und ich merke, dass mich das auch über eine große, lange Laufzeit, äh, absolut fesselt, so. Das nicht über jede, äh, Schlafgrenze, die ich vorher schon überschritten hab, hinweg, aber, ähm, als, also ich finde das sozusagen auch, auch, äh, sozusagen gelungen gewählt. Ich wüsste, also ich kann mir, also ich, anzufangen, den jetzt zum Beispiel, äh, zu dekonstruieren, ne, um den sozusagen in eine, eine lange Serie einzubetten, oder, äh, äh, sozusagen zu straffen, das würde dann nicht funktionieren. Also, also, dann kommt was bei raus, was glaube ich noch schlechter ist. Also, wenn einem quasi das lange nicht gefallen hat, wird es nicht besser, indem man es kürzer macht, auf gar keinen Fall. Ich würde mal so einen Aspekt rausgreifen, äh, Spezialeffekte, also Ausstattung haben wir schon mal so ein bisschen angerissen, aber so die Spezialeffekte, das ist mir heute aufgefallen, wie, wie beeindruckend ich die finde. Also, sowohl, geht fängt an hier, wenn die Mutter da über den Haufen geballert wird, bis, äh, wenn Don Fanucci niedergeschossen wird, also dieses, dieses Einschussloch. Also, wenn ich dann denke, was ich so vielleicht teilweise heute sehe, wo ich dann denke, ja, okay, haben sie jetzt irgendwie hingetrickst mit CGI, oder sonst wie, oder schneiden so schnell hin und her, dass man denkt, man hat da was gesehen, aber das ist gar nicht so richtig da, und hier hält die Kamera voll drauf, und das ist erschreckend. Und kannst du sogar den, den, den Menschen dahinter schon verknüpfen, äh, weil der im Absprach auch sehr prominent steht, das ist Dick Smith. Und Dick Smith zum Beispiel hat auch die, äh, Spezialeffekte bei Taxi Driver gemacht. Okay. Dick Smith, also wenn, das lohnt sich wirklich, dem mal hinterher zu recherchieren, weil der hat, ähm, also zumindest für mich sichtbar, auf jeden Fall viel in den 70ern gemacht, wenn es so um, um realistische Gewalteinwirkungen auf, äh, auf Körper geht, aber Dick Smith hat auch, also wenn mich da jetzt nicht alles täuscht, auch so solche, Dinge gemacht, also, Dick Smith war auf jeden Fall auch für das Alters-Make-up von Marlon Brando im ersten Teil verantwortlich. Ich glaube, Dick Smith hat auch bei Little Big Man Dustin Hoffman mal eben auf 100 Jahre alt gemacht, also, äh, äh, der ist so wirklich so ein, so ein ganz besonderer Typ, der, ähm, mir vor allem tatsächlich durch diese Kombination Taxi Driver und, und Pate aufgefallen ist mit sehr, äh, so, 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 so hyperrealistischen, also, also Einschüsse ins Gesicht. Das finde ich bei Taxi Driver genauso abgefahren und, 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 und krass, also, also sozusagen unangenehm realistisch, wie es jetzt auch beim zweiten Part gerade der Fall ist, ne? Genau, das ist immer Dick Smith, also, in der Taxi Driver-Doku kriegt er auch mal ein bisschen Zeit und darf mal so ein bisschen von seinem Handwerk erzählen, ein sehr faszinierender Mensch, der da unterwegs ist. Ne, das finde ich ungeheuer überzeugend, was du so, ja, also, das Bauch aufschützen, das, das hatte ich vorhin gerade so, dass, dass er diesen alten Don Ciccio umbringt, äh, ist auch wieder eine schöne Parallele eben zu Hyman Roth, die ja beide so, die sind scheiße alt und Tom Hagen sagt dann so, du, der ist so eh in sechs Monaten tot, dann kommt noch dieser lustige Spruch mit, der stirbt seit 20 Jahren an der gleichen Herzattacke. Ja, ja, ja. Also, ich lebe immer noch scheiße, was, was, was mache ich denn jetzt hier? Ich kann nicht nach Israel. Argentinien nimmt mich nicht für viel Geld und jetzt muss ich doch wieder nach Amerika und werde irgendwie noch festgenommen, aber was soll's? Das ist auch stark gespielt, finde ich, wir da, ne, das ist jetzt irgendwie fünf Tage im Flugzeug gewesen und hängt da, äh, ja, und jetzt wird er erschossen. Also, es kann ja nur noch irgendwie dieser kurze Moment der, der persönlichen Befriedigung sein, aber sonst ist das, also, wie sollte das Michael noch ausfüllen, dass er ihn jetzt umgebracht hat? Ne, jetzt ist er, also kann man natürlich wahrscheinlich bei den ganzen Dingen fragen, weil, diese Gewalt, wo ist es nicht sowieso sinnlos und wo führt das hin und kommt nicht immer gleich der nächste kleine Junge irgendwo, der überlebt und dann wieder Rache schwört und Ja, ich meine, man sieht eigentlich, dass es den Menschen nicht gut geht, wenn sie so viel Macht haben, dass sie das tun können, von dem sie glauben, dass das jetzt die Ordnung der Dinge wieder herstellt. Ich meine, das ist ja schon der Auslöser, ganz zu Anfang in der Geschichte, äh, noch in Sizilien von, von, von diesem, wie heißt der Don? Ciccio. Don Ciccio, genau. Also, weil der sozusagen genau weiß, wenn ich diesen Vater töte, muss ich seine Söhne alle töten, egal wie jung die jetzt sind, weil sie werden eines Tages kommen und mich umbringen. Und, also, also, aber sozusagen, wenn man darin schon, also, wenn man so viel Macht hat, dass das auch ausgeübt wird, äh, also, weil es ist ja eine Katastrophe, also, und, eigentlich ist sozusagen dieses Verhalten so, ich habe Macht, also nutze ich die, was wir noch bei, äh, ähm, dem, dem, äh, Robert De Niro-Charakter sozusagen noch erleben dürfen, dass er sich auch mal drum kümmert, wenn, äh, eine Frau wegen ihrem Hund, äh, rausgeschmissen werden soll, ja, ähm, äh, äh, es ist sozusagen, hat er schon so viele Drehungen weitergemacht bei Michael, dass der, also, also, alles, einfach wirklich alles, was, ob das jetzt Familie oder andere sind, also, alles wird genauso mit der gleichen Härte und Konsequenz gesteuert, so. Ich bestimme, wie das geht, und wenn du das jetzt nicht willst, dann mach ich, dass du das willst, oder du fällst tot um. Es ist mir, äh, es ist mir, äh, gerade jetzt im Zuge dieser Neusichtung offen, dass ich den Charakter von Tom Hagen auch irgendwie anders mir zurechtlegen muss, oder das Verhältnis zwischen Tom und Michael, also wenn, ja, eben gerade so zum Schluss fragt, ja, Tom, alles gut bei dir, und du hast so ein Angebot gekriegt hier, gehst du jetzt nach Las Vegas, du kannst da ruhig hingehen, und dann denke ich auch so, ja, warum, also, halt schon im ersten Teil, so im ersten Teil hab ich noch gedacht, Tom, du bist nicht mehr Conciliere, du bist jetzt der Anwalt, dann hab ich so gedacht, okay, das ist einfach, um Tom irgendwie zu schützen vor möglichen Sachen, wenn dann eben was umgezukommt, und, äh, das, auch wenn Tom da eben so ein bisschen irritiert reagiert, aber das war noch so, das hat der Vater noch mit angeleiert, das muss so sein, weil, ne, damit Tom auch geschützt wird irgendwie, und jetzt im zweiten Teil denke ich auch so, warum, warum schiebt er, also den, den schiebt er von sich weg, hab ich auch den Eindruck, ne, wenn bei den anderen, ich das irgendwie noch nachvollziehen kann, ist hier echt so dieses, warum, also Tom ist ja nun, wie Tom ja selbst auch sagt, ich bin so loyal immer, ja, dann geht er sogar noch zu Frank Pettangeli, also hier übrigens, wenn jemand im alten Rom, äh, Scheiße gebaut hat, ach ja stimmt, dann haben die sich selbst die Pulsarne aufgeschnitzt, und deswegen ist der Rest der Familie durchgekommen, und zack, sagt ihm auch das noch, und macht das alles, und er macht alles mit, also, und er hätte ja wirklich an jeder Ecke aussteigen können, dann denke ich immer, also zumindest ihr beide müsst doch irgendwie, und da ist mir dann, äh, Michael auch wirklich unsympathisch, unsympathisch, wenn ich bei den anderen noch so sage, ja, das ist halt diese harte Hand, und, wenn man in diesem, äh, Mördergeschäft, äh, überleben will, muss man eben, die, die großen Haie fressen, die kleinen irgendwie, aber, da ist echt so dieses, nee, da, warum Michael, also, das ist echt, wahrscheinlich ist das dann auch wieder, eigentlich gut gemacht vom Film, dass ich mir dann sage, ja krass, der Michael ist schon so kaputt, der schiebt eben, oder der, da merkt man, dass vielleicht auch diese ganze Familiensache, diese Wärme, die eigentlich da sein sollte, ne, er bringt Fredo um, äh, Tom wird irgendwie so beiseite geschoben, mit Conny war ich ja sowieso schon, weil Conny böse ist, und nicht das gemacht hat, was er gesagt hat, ähm, ja, dass das sich da, wird er unsympathisch, also, man kann natürlich darüber streiten, wie, inwiefern so ein Gangster sympathisch sein kann, aber, weißt du was, ich glaube, ich glaube, Michael kann nicht lieben, äh, also, oder, also hat manchmal so eine Illusion von Liebe, ne, aber, also im Vergleich zu seinem Vater, dem ich das, also, also, dafür glaube ich, ist diese Szene im ersten Teil ja auch wirklich da, so dieses, wenn der da mit diesem Kind spielt, da, äh, in dem Garten so, ich glaube, Michael kann das nicht, äh, also, weil, also der Vater wäre niemals, egal wie wütend der auf seinen, äh, Sohn gewesen wäre, er hätte niemals, äh, 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 einen seiner Söhne getötet, also, glaube ich auch, oder, vielleicht möchte Michael das, aber, man könnte auch wieder sagen, es ist durch den Krieg, äh, ist er so abgestimmt, also, dass da irgendwie, irgendwo ist in ihm wahrscheinlich irgendwann mal was gestorben, irgendein Punkt, ne, oder, ja, oder es konnte nie wachsen, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir, also, es ist ja nicht so, dass ich da jetzt, ich meine, ja, ja, wir können nur spekulieren, was er im Krieg miterlebt hat, aber dann wird eben Apollonia ja, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Leben gerissen, ne, diese Liebe, die er da empfindet, dieses, äh, das stimmt, das stimmt, das, und das ist möglich, weil da war ich ja sozusagen, als wir über den ersten gesprochen haben, ja auch noch so in so einer Welt, warum betrügt der da jetzt Kay so, 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 so gnadenlos, aber möglicherweise war das viel mehr, äh, äh, Maske und, und, und die, die Liebe zu Apollonia vielleicht viel purer, das wäre ja auch wieder so ein Punkt, ne, dass man sagt, äh, äh, na gut, die Anna, also Sonny und Fredo sind ja auch schon in Amerika mitgeboren, aber das, ähm, äh, ne Kay ist jetzt eben eine, die natürlich sozusagen von außen in dieses Gebilde reinkommt, und sie ist ja auch, die dann sagt hier, das kann ja gar nicht, äh, das muss aufhören einfach, 2000 Jahre hier, dieses, äh, die Perspektive des Vorschauers, immer, ähm, also das, Apollonia war sozusagen beides, äh, so italienische Wurzeln, da hätte das eben noch gepasst, und Kay ist dann mehr so eigentlich, die mag er zwar, und da ist eben so ein Gefühl von Liebe, aber sie ist dann spätestens nach Apollonias Tod, ist sie einfach eigentlich nur, dazu da, nach außen irgendwie so ein Bild, glaube ich, abzugeben hier, ach, die schöne Familie, und eben natürlich den Stammhalter zu produzieren, sozusagen, also mehr, mehr das Mittel zum Zweck, als eben das Gefühl. Wie da die Tür zugeht, ist doch der Hammer, oder? Im zweiten Teil, wenn du, dass er sie selbst zumacht, sie steht draußen, und die Kinder sind drin, und zack. Und das ist auch so ein ganz schön hartes Bild, wenn sie das hier, äh, Anthony, gib mir doch einen Kuss, und dann, wenn ihr die Arme so hängt, ist mir auch jetzt hier erst wieder, auch von dem Kino, und so. Wirklich, diese apathischen Kinder, das mache ich total fertig. Da wird auch nichts Gutes in der nächsten Generation passieren. Müssen wir mal gucken, gibt es nicht einen dritten Teil? Ja, das ist schon. Deswegen, also deswegen interessiert mich gerade so ein kleines bisschen, ähm, auf was, auf was Coppola da sozusagen kommt, um da, äh, einen Punkt zu setzen. Also es kann ja eigentlich nur unbefriedigend sein. Ich glaube, das ist auch meine Angst, weißt du, also es bleibt ja wirklich so viel, äh, auf, auf eine, auf eine, finde ich, richtige Weise offen. also, äh, also der Film stellt, also gerade jetzt der zweite, vor allem Fragen, aber gibt keine Antworten, und ich habe einfach Angst, dass der dritte nicht anders kann, als weil er der letzte ist, äh, Antworten zu liefern, die ich gar nicht hören möchte. Also in diesen, diesen Extras, die da mit dabei sind, bei der Coppola Restoration, da war auch so ein bisschen, äh, der dritte Teil ist eben so dieses, in Anführungszeichen, jetzt große Anführungszeichen, wie gesagt, ich habe den Film auch nicht mehr so präsent, äh, Michael entdeckt sein Gewissen, beziehungsweise Michael setzt sich mal hin, ich glaube, nach dem Tod eben seiner Tochter, hm, bin ich vielleicht doch irgendwo falsch abgebogen, ne, also, was ist denn passiert, wie konnte das, wie konnte das nur passieren, ich wollte nur das Beste so ungefähr, ähm, aber, ich glaube, jetzt auch nicht mehr so präsent, aber das ist sozusagen wahrscheinlich dann mit einer der Herangehensweisen, die da an dem Charakter nochmal gelegen haben, abgesehen vom Geld vielleicht, weiß ich nicht. ich meine, ich sag mal so, ich glaube, wenn wir eines Tages, äh, äh, ich nochmal in die Nähe komme, diesen dritten Teil zu gucken, dann wird das wahrscheinlich auch eine Folge hier sein, wann das ist, das ist mehr, ja, vielleicht nie. ich weiß auch nicht, ob ich jemals das Buch lesen werde, weil, eigentlich müsste man es ja auch mal machen, aber, das ist schon auch ein Buch, ne, das einfach sehr viel größer ist, als, ja, also, also, dass sozusagen beide Teile, die ersten beiden, na, okay. ich glaube, das wäre, gar nicht, das wäre ziemlich schwer, weil ich ständig die Bilder natürlich im Kopf hätte, ne, und mich davon auch nicht lösen könnte, und, ohne es jetzt dem Buch dann, oder dem Film den Vorwurf zu machen, aber das ist einfach jetzt schon zu verknüpft, äh, dass man da, dass ich mich da dann so lösen könnte, dass das in einer anderen, äh, entstandenen Welt dann spielen würde, für mich, ja. Ja, dann nimmst du halt die Bilder, die du schon kennst, aber kannst du nochmal, Ja, bei Herr der Ringe ist das ja anders gewesen, da hatte ich erst das Buch gelesen, weil die Bilder haben immer gelesen, dann kamen die Filme, und dann sind aber die, die Filme, oder dann ist eben, dass ich dann so auf diesen Filmheeper kam, allgemein, sind die viel stärker reingesickert, als das, was ich mir dann beim Buch immer noch so vorgestellt habe, und da ist auch ganz schnell die Erinnerungen an die Bücher so überschrieben worden, von wegen, ach ja, der Anfang war ja völlig anders, und dauert jahrelang, müsste mal losgehen, um den Ringen irgendwie wegzuschmeißen, also, wahrscheinlich würde dem Buch dann auch nochmal eine ganz andere Ebene sein. Tja. Okay, aber damit schließen wir ja zunächst mal das Kapitel mit Coppolas Paten, und haben in Aussicht, War jetzt schon Ostern eigentlich? Ja, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, ja, das ist ja blöd. Ja, in Aussicht haben wir, glaube ich, dann einen deutschen Regisseur mal wieder, in Kooperation, in Gastzusammenspiel mit Second Unit, steht, glaube ich, an. Ja, richtig, richtig. Also, ihr merkt, wir sind total sicher, wie das mit unserer neuen Erscheinungsweise einmal im Monat hier abgeht. Ja, genau. Aber ihr dürft auf jeden Fall euch im Mai darauf freuen, dass wir uns mit Fassbinder zunächst mal in der Second Unit auseinandersetzen, und dann dürfte es im Juni dann hier auch mal was geben. Aber wir wissen es auch tatsächlich noch nicht, weil wir haben uns vorgenommen mit dem Christian Steiner von dem Filmpodcast Second Unit gemeinsam einen Dokumentarfilm über Fassbinder anzuschauen und dann zu gucken, gemeinsam, welcher Film reizt uns denn jetzt eigentlich? Ja, ich habe heute gerade gesehen, also vor, jetzt, wenn ihr das gerade hört, vor Wochen habe ich gerade gesehen, die aktuelle Sight & Sound hat Fassbinder auf dem Cover und hört da irgendwie eine Titel-Story. Ja. Ja, Punkt. Ja, ich, ich glaube, es ist gleich um vier. Ja, genau. Wir bringen es hier jetzt zu einem guten Ende. Aber genau, genau, ich glaube bei der Second Unit, um nochmal kurz das Vernetzungsding, bei der Second Unit, die haben auch noch über den Paten und den Paten 2 gesprochen. Und über den Paten 3, sie haben tatsächlich die komplette Trilogie besprochen. Das sind ja Füchse. Genau. Wo haben die nur die Zeit her? Ja, ich muss sagen, genau, das finde ich wirklich spektakulär, also sich mal eben alle Filme reinziehen und dann, also wir haben das bei der Samurai-Triologie auch mal auf die Reihe bekommen. Und hatte Spätfilme, hatten die nur den ersten besprochen? wir haben den ersten. Aber genau, da könnt ihr auch, also Second Unit und Spätfilm hatten das auf jeden Fall schon mal. Über dieses Werk der Filmgeschichte stolpert man eben doch irgendwie mal aus Versehen oder zufällig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die gerade zuhören, durchaus genau wissen, wovon wir reden. Also, wir machen also weiter, das merkt ihr schon. Und verlasst euch bitte darauf einmal im Monat und zwar den letzten Sonntag eines Monats und wie hat, wenn zwischendurch was passiert. Wir werden dann übrigens auch, glaube ich, jetzt für den April müssen wir, glaube ich, auch mal darauf zurückkommen, dass uns was versprochen worden ist, wenn es zwei zusätzliche Sendungen im Monat gibt, oder? Habe ich da irgendwas falsch mit gerechnet? Gab es Bier? Also, nur so ein freundlicher Hinweis hier. Bier. Alles klar. Also, auf Wiedersehen. Ciao.